Musik Elisabeth Ebeling Der alte Regenschirm Gelesen von Jasmin Stab Es war in der grauen Vorzeit. Wo Gnomen und Kobolde noch ihr neckisches Spiel trieben, Wo Elfen in den Wäldern den Reigen tanzten, Die Quellen von Nixen bewohnt wurden Und Feen die Sterblichen mit köstlichen oder verderblichen Geschenken begabten. In dem Haus des reichen Kaufherrn Satisfatio Herrschte große Verwirrung und tiefe Trauer. Wenige Tage vor der Rückkehr seines Pflegesohnes Antonio, Den eine langjährige Reise ferngehalten, Hatte den allgemein verehrten und geliebten Kreis der Tod ereilt. Trostlos stand Antonio, Der dem Geschiedenen alles verdankte, Der mit kindlicher Liebe an ihm gehangen, Mit väterlicher Zuneigung von ihm behandelt worden, An dem Sarg des alten Mannes. Trostlos umringten die zahlreichen Diener des Hauses Die Hülle des Gütigen, Ihnen so plötzlich entrissenen Herrn. Nachdem die Begräbnisfeierlichkeiten vorüber waren, Sollte zur Eröffnung des Testaments geschritten werden. Niemand zweifelte daran, Dass Antonio zum alleinigen Besitzer Der unermesslichen, Von Satisfatio erworbenen Reichtümer ernannt sein würde, Da die wenigen sehr entfernten Verwandten des Verstorbenen Nicht bei demselben in Gunst gestanden hatten Und auch selbstreich mit irdischen Gütern gesegnet waren. Die Diener des Hauses betrachteten deshalb Den jungen Mann bereits als ihren Gebieter. Und Antonio, der von seinem gütigen Pflegevater, Welcher ihn seit seinem zweiten Jahr bei sich aufgenommen, Mehr denn einmal die Versicherung erhalten, Dass er der Erbe all seiner Güter sein sollte, Hegte ebenfalls den festen Glauben, Dass er in alle Rechte eines eigenen Sohnes eintreten werde. Doch sollten diese Erwartungen nicht in Erfüllung gehen. Obgleich der Sachverwalter des Kaufherrn versicherte, Dass der Geschiedene wenige Monate vor seinem Heimgang Ein Testament gemacht Und darin Antonio zum Erben eingesetzt habe, So konnte dasselbe doch wunderbarerweise nirgends aufgefunden werden Und somit nicht in Kraft treten. Nachdem man das ganze weitläufige Schloss Danach durchstöbert hatte, Musste man endlich zu der Überzeugung gelangen, Dass der Kaufherr anderen Sinnes geworden sei Und seinen letzten Willen vernichtet habe. Ja, so geht's mit den Erwartungen der Menschen, Sagte der Sachverwalter Zu dem jungen, so unerwartet zum Bettler gewordenen Mann. Ich hätte mir's nicht träumen lassen, Dass es so kommen würde. Aber er war in der letzten Zeit gar zu wunderlich geworden, Der alte Herr. Hegte Misstrauen gegen alle Menschen. Glaubte von jedem, dass er Böses gegen ihn im Schilde führte. Und wollte daher das Testament selbst in Verwahrung nehmen. Ich bot ihm an, es in einer Eichentruhe zu verschließen, Worin er seine Kleinodien zu Bergen pflegte. Doch entgegnete er mir, Er werde das späterhin allein tun. Da er nun, wie ihr wisst, In den letzten Wochen seines Lebens An das Lager gefesselt war, So muss entweder derjenige, Dem er das Dokument zum Verwahren anvertraut, Es unterschlagen, Oder der Kaufherr selbst das Testament zerstört haben. Antonio erwiderte nichts Auf diese Auseinandersetzung des Sachverwalters. Wenn es gleich ein harter Schlag für ihn war, So plötzlich aller irdischen Güter beraubt zu werden, So überwog der Schmerz Um den Verlust des geliebten Pflegevaters Doch bis jetzt jeden anderen Gedanken in seiner Seele. Doch als nach einigen Tagen Die Verwandten Satisfatios In dem Palast des Verstorbenen eintrafen, Als sie Antonio mit schälen Augen betrachteten Und es diesem klar wurde, Dass er die Städte seiner Kindheit verlassen Und sich von allem trennen müsse, Was ihm lieb und wert gewesen, Was er als sein Eigentum betrachten gelernt, Da fiel ihm die grausame, Durch das Fehlen des Testaments Herbeigeführte Notwendigkeit schwer auf das Herz. Und der Gedanke, Ob der Verstorbene ihn wirklich lieb gehabt, Da er so gar nicht für seine Zukunft Sorge getragen, Zog mit bitterem Weh durch seine Seele. Es war ein heiterer Frühlingsmorgen, Als der Jüngling zum letzten Mal in der herrlichen, Nach dem Garten gelegenen Halle des Palastes stand, Von dem er jetzt auf immer scheiden sollte. An eine hohe Marmorsäule gelehnt, Blickte er traurig hinab Auf die plumengeschmückte Ebene, Die sich vor ihm ausbreitete, Wo bunt gefiederte Vögel von Baum zu Baum flatterten, Herrliche Statuen des Grün des Laubes unterbrachen, Ein Springwell seine blitzenden Strahlen In die Luft sandte. Er hatte seine unscheinbarsten Kleider angelegt Und nur einen kleinen Teil Seiner unentbehrlichsten Habseligkeiten In ein Ränzchen gepackt, Denn er wollte so wenig als möglich Mit sich hinwegnehmen, Da ihm die hämischen Anblicke Der jetzigen Erben Die Überzeugung gegeben, Dass man in jeder Weise Missgünstig gegen ihn gesonnen sei. Während er so stand Und mit tiefem Schmerz daran gedachte, Wie schwer es ihm fallen würde, Diese ihm so liebe Umgebung zu verlassen, Hörte er plötzlich Schritte hinter sich Und gewahrte die beiden Vättern Satisfatius, Welche jetzt die Erben des Verstorbenen waren. Bei dem hochmütigen Gruß, Der ihm von ihnen zuteil ward, Wurden Antonius Züge Von einem tiefen Rot übergossen. Sich leicht, aber höflich verneigend, Trat er zu ihnen heran und sagte, Er sei im Begriff, Den Palast seines Pflegevaters zu verlassen. So gehabt euch wohl, Entgegnete Anselmo, Der Ältere der beiden Männer, Mit einer nachlässigen Bewegung des Kopfes. Verweilt noch einen Augenblick, Bad der Jüngling mit leise bebender Stimme. Ich scheide für immer aus dem Haus, In dem ich meine Kindheit verlebt, Von den Umgebungen, In denen ich groß geworden, Für immer von der Stätte, In der mein geliebter Pflegevater Seinen letzten Seufzer ausgehaucht. Gestattet mir ein, Wenn auch noch so kleines Andenken. Läuft es da hinaus? Unterbrach ihn Balthasar, Der Jüngere der beiden Vättern, Mit schneidendem Spott. Will der Patron, Der sich zwanzig Jahre lang Bei unserem hochverehrten Verwandten Eingenistet, Der uns, Wenn der Verstorbene nicht zuletzt Doch eines besseren Sinnes geworden, Beinahe um die Erbschaft betrogen hätte, Nun zuletzt noch ein kostbares Andenken Von uns erpressen? Das sei fern von mir, Rief Antonio, Mit gerechter Entrüstung. Nicht um ein kostbares Andenken, Um ein einfaches, Wertloses Erinnerungszeichen, Bat ich. So wäre euch vielleicht, Versetzte Balthasar mit höhnischem Lachen, Dieser alte Regenschirm, Den der Kaufherr aus einer unerklärlichen Krille Stets zu tragen pflegte, Ein wünschenswerter Gegenstand? Er deutete auf einen in der Ecke der Halle Lehnenden mit grünem Stoff überzogenen Schirm, Von sehr unansehnlichem Äußeren. Nicht doch, Balthasar, Sagte Anselmo, In etwas verweisendem Ton. Wir wollen dem jungen Menschen Einen Ring oder eine Kette geben. Ich danke für euer Anerbieten, Rief Antonio. Ich werde nichts mit mir nehmen, Als das, Was mir Herr Balthasar angeboten, Den alten Regenschirm, Meines lieben, Unvergesslichen Pflegevaters. Mit festen Schritten ging er zur Ecke der Halle, Nahm den Schirm in die Hand, Grüßte die beiden Vettern Und verließ den Palast, In dem er als Gebieter zu schalten geträumt hatte, Als ein Mensch, Der nicht weiß, Wovon er sein Leben fristen, Wohin er sein Haupt legen soll. Wie ein Träumender Ging er einige Straßen entlang. Dann blieb er stehen Und sann darüber nach, Was er nun zunächst beginnen sollte. Bunt und heiter Wogte der volle Strom des Lebens An ihm vorüber. In rastloser Geschäftigkeit Fluteten die Menschen dahin. Niemand kümmerte sich um ihn. Jeder war mit sich, Mit den eigenen Sorgen und Wünschen Beschäftigt. Antonio kam sich grenzenlos Allein und verlassen Inmitten dieser treibenden, Sich hin und wieder bewegenden Menge vor. Bin ich denn ganz vereinsamt? Sprach er leise vor sich hin. Ist unter all den vielen Menschen Nicht einer, Der sich meiner erinnert, Der mir ein Obdach geben, Mir Arbeit verschaffen würde? Mit festerem Druck Umfasste er den Griff des alten Schirmes. Das einzige Andenken An denjenigen, Der bis dahin alle Sorgen Von ihm abgewendet, Der immer ein Wort Der Liebe für ihn gehabt hatte, Und es war ihm, Als ob die Erinnerung An die große Zuneigung, Welche der Verstorbene Für ihn gehegt, Sein Herz erwärme und tröste, Als ob eine leise Stimme Ihm zuflüstere, Verliere nicht den Mut, Ich bin unsichtbar In deiner Nähe, Meine Liebe wird auch in Zukunft Über dich wachen. Neue Zuversicht erfüllte Das Herz Antonius. Sich auf den Regenschirm stützend, Ging er die Straße hinab Und blickte spähend um sich, In der Erwartung, Unter den vielen Gesichtern Dasjenige eines Bekannten Zu entdecken. Plötzlich empfand er Eine leichte Erschütterung Und gewahrte einen alten Mann In sauberer, Aber nicht reicher Kleidung, Der mit dem Fuß An die Spitze des Schirmes Ausgestoßen hatte Und beinahe darüber gefallen wäre. Antonio nahm den Hut ab Und entschuldigte sich höflich. Der Alte erwiderte nichts Auf die Worte des jungen Mannes. Wie gebannt hing sein Auge An dem Schirm, Der ihn fast zum Fallen gebracht. Ist das nicht, Rief er endlich, Ist das nicht der Regenschirm, Den der Kaufherr Satisfazio Immer getragen? Ja, Fuhr er, Ohne Antonius Antwort abzuwarten, Lebhafter fort. Ja, er ist es, Ich erkenne ihn an der Form des Griffes, An dem grünen Überzug. Wer aber seid ihr? Auf welche Weise gelangtet ihr Zu dem alten, sonderbaren Ding? Ich bin Antonio, Der Pflegesohn Satisfazios. Der zwei Jahre lang auf Reisen gewesen Und nichts von dem Vermögen Des Kaufherrn geerbt hat? Der Jüngling machte eine bejahende Bewegung. Der alte Mann betrachtete ihn Mit prüfenden Blicken. Satisfazio hat oft mit mir Von euch gesprochen, Sagte er nach einer kurzen Pause. Er schien mit großer Liebe An euch zu hängen. Es ist mir unerklärlich, Weshalb er euch nicht Seine Schätze hinterlassen hat. Mein Pflegefater, Versetzte Antonio mit leiser Stimme, Musste wohl seine Gründe dazu haben, Mich nicht zu seinem Erben einzusetzen. Ich habe kein Recht, Mich über ihn zu beklagen. Wer aber, Setzte er hinzu, Wer seid ihr? Ich entsinne mich nicht, Euch in dem Haus des Kaufherrn gesehen zu haben. Ich nenne mich Barbarini Und bin erst seit einem Jahr In dieser Stadt ansässig. Meine Geschäfte als Kaufmann Brachten mich mit Satisfazio in Verbindung. Wir fanden gegenseitig gefallen aneinander Und wurden bald näher befreundet. Durch Krankheit verhindert, Konnte ich in den letzten Wochen Nicht zu dem Kaufherrn gehen Und auch nicht der Begräbnisfeierlichkeit beiwohnen. Heute habe ich zum ersten Mal Das Haus wieder verlassen Und treffe nun so unerwartet Mit dem Pflegesohn meines Freundes zusammen. Er reichte dem jungen Mann die Hand, Welche dieser mit inniger Wärme ergriff. Dann befragte er Antonio, Ob er bereits daran gedacht, Was er in Zukunft beginnen, Womit er sein Dasein fristen wolle, Und bot ihm, Da der Jüngling gestand, Dass er durchaus mittellos sei Und bis jetzt keinen festen Plan Für sein Fortkommen gefasst habe, Eine Stelle in seinem Hause an. Ich bin, Schloss er seine Rede, Zwar nicht in glänzenden Verhältnissen, Da ich durch unerwartete Unglücksfälle Einen großen Teil meines Vermögens verloren habe. Aber ich kann euch, Wenn ihr fleißig und unvertrossen arbeiten wollt, Ein bescheidenes Auskommen gewähren. Mit Freude nahm Antonio Den Vorschlag des gütigen Mannes an Und folgte ihm nach seinem Haus, Wo er von nun an seine Wohnung nehmen sollte. Dasselbe befand sich in einer ziemlich düsteren Gasse Und zeugte zwar von dem Ordnungssinn, Aber auch von den sehr bescheidenen Verhältnissen Barbarinis. Der Jüngling wurde von diesem Eine enge Treppe hinauf In ein kleines Dachkämmerchen geführt Und dann allein gelassen, Um seine wenigen Habseligkeiten zu ordnen. Wohl war es ein gewaltiger Abstand Für den an verschwenderischen Glanz gewöhnten Antonio. Anstatt der weiten Hallen des Palastes, In denen er daheim gewesen, Anstatt der von Gold und Silber strahlenden Gemächer, Welche er bis dahin bewohnt hatte, Umschlossen ihn vier kahle, weiße Mauern. Er hob sich eine schiefe, niedere Decke Über seinem Haupt. Anstatt des rotseidenen Himmelbettes Erblickte er ein mit einer harten Matratze Bedecktes Lager. Anstatt des wunderherrlichen Gartens, Der dort sein Auge entzückt hatte, Schaute er hier auf ein Gewirr Spitzer Ziegeldächer, Auf einen Wald rauchspendender Schornsteine. Wenn sich der Junge auch sagen musste, Dass es ein großes Glück für ihn sei, Ein Obdach gefunden zu haben, Dass er kindisch und unmännlich handele, Wenn er sich durch einen Vergleich Zwischen Gegenwart und Vergangenheit Entmutigen ließe, So konnte er es doch nicht über sich gewinnen, Nicht wieder und wieder die Bilder Der Vergangenheit an seinem inneren Auge Vorüberziehen zu lassen Und mit einem tiefen Seufzer Der Herrlichkeiten zu gedenken, Denen er auf immer entrückt war. In einen harten Strohsessel geworfen, Die Augen mit der Hand bedeckt, Versank er in ein tiefes, Trauriges Sinnen. Als die übermütigen Vettern In Schnöde behandelt, War es ihm leicht erschienen, Dem Reichtum Lebewohl zu sagen. Sein Stolz war ihm zu Hilfe gekommen, Als es gegolten hatte, Dem glänzenden Palast Den Rücken zu kehren. Jetzt aber, Wo ihm die Entbehrungen Seines zukünftigen Daseins In greller Wirklichkeit vor die Augen traten, Wurde seine Seele von trübem Missmut erfüllt Und ein Gefühl der Bitterkeit Gegen den Pflegevater, Der nicht, wie er es versprochen, Für ihn gesorgt hatte, Erwachte in seinem Herzen. Mit einer hastigen Gebärde Erhob er die Hand, Um den Regenschirm, Der neben ihm lehnte, Geringschätzend in einen Winkel zu schleudern. Aber ein Blick auf den Griff, Den er so oft in der Hand Des alten Mannes gesehen, Genügte, um seinen Zorn zu besänftigen. Wie durch einen Zauber hervorgerufen, Trat das Bild des lieben Geschiedenen Vor sein geistiges Auge. Er sah das ehrwürdige, Von weißen Haaren umrahmte Gesicht des gütigen Mannes, Sah das helle, freundliche Auge, Die hohe, vom Alter gebückte Gestalt, Und erhob sich, um leise, Fast zärtlich, den Schirm, Der demselben so lange als Stütze gedient, In eine Ecke zu stellen. Die Worte, mit denen er zuvor Seinen Pflegevater gegen den Kaufmann verteidigt, Jetzt zu sich selber sprechend, Er musste wohl seine Gründe dazu haben, Suchte er seines Unmutes Herr zu werden, Und es gelang ihm. Schnell räumte er nun den Inhalt Seines Ränzchens in eine kleine Truhe, Die ihm sein Herr zu diesem Zweck Überwiesen hatte, Und begab sich dann in den unteren Raum Des Hauses, um sich von Barbarini In seinen Obliegenheiten Unterrichten zu lassen. Er fand den Kaufmann in einem Ziemlich düsteren Zimmer, Über ein großes, mit Zahlen Bedecktes Buch gebeugt. Er wies Antonio einen Platz Ihn Gegenüber an, und teilte ihm mit, Dass er ihn dazu ersehen habe, Die Rechnungen des Handlungshauses Zu führen. Diese Tätigkeit war dem Jüngling, Der von Satisfatio zum Kaufmann Erzogen worden, nun zwar nicht fremd, Aber er hatte bis dahin Doch nicht gelernt, Sich mit Ernst darin zu vertiefen, Und vom Morgen bis zum Abend An die Arbeit gefesselt zu sein, Von früh bis spät In dem Reich der Zahlen zu walten. Barbarini aber forderte dies Mit der größten Strenge. Die zu den Mahlzeiten Bestimmten Stunden abgerechnet, Musste Antonio rechnen und zählen, Zählen und rechnen, Tag aus, Tag ein, Bis die Nacht hereinbrach, Bis sein Herr ihm mit den Worten, Jetzt könnt ihr Feierabend machen. Die Erlaubnis gewährte, Das große Buch zu schließen Und die mitunter Sehr widerspenstigen Zahlen Ihrem Schicksal zu überlassen. Oft sank dem jungen Mann Der Mut bei dieser ermüdenden Arbeit, Oft verwünschte er sein Los Und war er im Begriff, Einen anderen Wirkungskreis aufzusuchen. Doch wenn er sein Stübchen Auch mit dem festen Vorsatz betrat, Sich am nächsten Morgen Von Barbarini zu verabschieden, So wirkte der Anblick Des einzigen Erinnerungszeichens An den teuren Pflegevater Doch immer so beruhigend auf ihn, Zauberte ihm stets das Bild Des verstorbenen Wohltäters, Der ihm so oft erzählt, Durch welche entbehrungsvolle Jugend Er sich zum Reichtum aufgeschwungen, So lebhaft vor seine Seele, Dass er seinem Entschluss Doch immer wieder untreu wurde Und nach wie vor In dem Dienst des alten Kaufmanns verblieb. Schon einige Male, Wenn sein Mut besonders tief gesunken, Hatte es sich auch ereignet, Dass wunderbare Traumbilder Vor ihm aufgestiegen waren Und sein Herz mit frischer Zuversicht erfüllt hatten. Der alte Regenschirm war stets In diese Träume verflochten, Bildete sogar immer Den Mittelpunkt derselben. Bald erhob er sich Über dem Haupt des jungen Mannes Und verwandelte sich allmählich In einen schlanken, Hochstrebenden Palmbaum, Dessen Blätter ihm leise Trostesworte zuflüsterten, In dessen Säuseln er die Stimme Satisfatius zu vernehmen glaubte, Der ihn zum Ausharren, Zur Geduld ermutigte. Bald wurde der Stock des alten Schirmes Zu dem Stamm eines Baumfahnen, Das grüne Dach desselben Zu den riesigen, Zart geformten Blättern desselben. Kleine Genien Wegten sich darauf Und sangen ihm von den großen Männern, Die durch eine trübe Jugend, Harte Arbeit Und schwere Entbehrungen Gekräftigt und befähigt worden, Treffliche Mitglieder Der menschlichen Gesellschaft zu werden. Diese Träume übten Einen zauberischen Einfluss Auf den jungen Antonio. Mehr und mehr weckten sie Die guten Eigenschaften seiner Seele, Stärkten seinen Charakter Und strählten ihn Gegen die Widerwärtigkeiten Seines jetzigen Lebens. Immer leichter ward es ihm, Die Arbeit zu vollbringen, Den Abstand zwischen Gegenwart Und Vergangenheit zu vergessen. Unter diesen Umständen Gelang es ihm endlich, Das vollständige Zutrauen Seines Herrn zu gewinnen. Es dahin zu bringen, Dass dieser ihm nach Verlauf eines Jahres Einen Anteil an den Geschäften gewährte. Mit frischem Eifer Widmete sich der Jüngling nun Der ihm im Anfang So langweiligen Arbeit. Bald ward es ihm möglich, Eine kleine Summe Geldes zu erringen, Die ihm, Wenn sie sich auch In Vergleich zu dem ihm Früher zu Gebote stehenden Mitteln Wie ein Tropfen zum Meer verhielten, Eine unendliche Freude gewährte. Denn sie war ihm Nicht mühelos zugefallen. Er hatte sie verdient. Sie war der Lohn Seines eigenen Strebens, Seiner redlichen, Angestrengten Tätigkeit. Auch die Entbehrungen, Welche ihn zuerst Daniedergedrückt und verstimmt hatten, Er trug er jetzt mit leichtem Sinn, Mit frohem Herzen. Mehr und mehr ward es ihm klar, Dass die wahre Glückseligkeit des Menschen Nicht in Außendingen besteht, Dass der Sonnenschein von innen Herauskommen muss, Wenn er das Leben dauernd erwärmen Und erleuchten soll. Im Laufe des zweiten Jahres Gelangte Antonio zu einem mäßigen Wohlstand. Und endlich sogar, Da er seine Bestrebungen Mit sichtlichem Gedeihen Gesegnet wurden, Zu einem nicht unbeträchtlichen Vermögen. Barbarini, Der ihn immer lieber gewonnen, Hatte ihn jetzt zum Teilnehmer Seines Geschäfts gemacht Und beehrte ihn mit seinem vollen Vertrauen. Auch unter den anderen Kaufleuten der Stadt Genoss der junge Mann Zutrauen und Achtung. Alle behandelten ihn Mit freundlicher Zuvorkommenheit. Nur ein Umstand Erregte oft ihre Spottlust Und zog Antonio nicht selten Höhnische Bemerkungen zu. Dieser konnte sich nämlich Nicht entschließen, Sich des alten Regenschirms Zu entäußern, Der ihm das Andenken An den geliebten Verstorbenen So lebhaft zurückrief. Wenn der Himmel mit Wolken Überzogen war, Nahm er ihn mit sich. Ja, er zog es sogar vor, Sich bei heiterem Wetter Darauf zu stützen, Anstatt sich des zierlichen Stockes Zu bedienen, Den ihm Barbarini Einst von einer Reise mitgebracht. Diese Eigentümlichkeit, Die nur von wenigen Richtig gewürdigt wurde, Legte man ihm teilweise Als eine Grille aus. Teilweise spöttelte man darüber, Dass der jetzt so wohlhabende Antonio Sich nicht endlich einmal Zu der Ausgabe Eines neuen Schirmes Entschließen konnte. Der junge Mann Lies Hohn und Spott Über sich ergehen Und beharrte dabei, Dass ihm so liebe Erinnerungszeichen Zu seinem Städten Begleiter zu machen. Mehrere Jahre waren vergangen. Antonio hatte jetzt Das Mannesalter erreicht Und war, Da er ein gewinnendes Äußeres besaß Und sich durch ein feines, Gebildetes Benehmen Auszeichnete, In allen Kreisen Ein willkommener Gast. Zu den schönsten Und reichsten Jungfrauen Der Stadt gehörte Isabella, Die Tochter eines Vor einiger Zeit Verstorbenen Edelmannes, Welcher ihr, Außer seinen weitläufigen Gütern, Auch einen herrlichen Palast Und große Schätze Hinterlassen hatte. Antonio fand Gelegenheit, Die Bekanntschaft Des reizenden Mädchens Zu machen Und war so geblendet Von den Vorzügen, Mit denen die Natur Sie ausgestattet, Dass er es nicht Unterlassen konnte, Sich zu der Schar Ihrer Bewunderer Zu gesellen. Auch Isabella Schien wohlgefallen An dem jungen Kaufmann Zu finden, Denn sie behandelte Ihn mit sichtlicher Auszeichnung. Von allen Seiten Beneidete man Antonio Und wünschte ihm Glück Zu seiner in Aussicht Stehenden Vermählung Mit der schönen Und reichen Jungen Erbin, Welche, Da sie auch die Mutter Bereits verloren hatte Und nur von einem Schwachen Vormund abhing, In keiner Weise Beschränkt war, Den Eingebungen Ihres Herzens Zu folgen. Der Einzige, Der nicht damit Einverstanden, Dass Antonio Die Tochter des Edelmannes Zu seiner Gemahlin Erwählte, War Barbarini. Der alte Mann Hatte früher mit dem Vater der jungen Dame Verkehrt Und dabei Gelegenheit Gefunden, Dieselbe in ihrer Häuslichkeit zu beobachten. Dies musste ihm Keine günstige Meinung Von ihrem Charakter Eingeflößt haben. Denn er wurde nicht müde, Seinen jungen Freund Vor einer Verbindung Mit dem schönen, Allgemein gefeierten Mädchen zu warnen. Antonio, Dem es unmöglich erschien, Dass ein so reizendes Äußeres Eine unschöne Seele Umschließen könne, War aber durchaus Nicht geneigt, Den Ermahnungen Des alten Kaufmanns Gehör zu geben, Sondern beharrte fest Auf seinem Entschluss, Die anmutige Isabella Zu seinem Weib Zu machen. Da begab es sich Eines Tages, Dass der schönen Jungfrau, Mit der er bis dahin Nur in den Hallen Ihres Palastes Oder in den Häusern Ihrer beiderseitigen Bekannten zusammengekommen, Auf einem Spaziergang Begegnete. Isabella war Vor die Stadt gefahren, Um die sanfte Kühle Des Abends Zu genießen. An dem Eingang Eines kleinen Wäldchens Angelangt, Hatte sie den Wagen Verlassen, Um einige Am Weg stehenden Blumen zu pflücken. Antonio, Der sich ebenfalls Ein wenig In der freien Luft Erging, Traf hier mit ihr Zusammen Und wurde freundlich Von ihr begrüßt. Doch schon Nach wenigen Minuten Verfinsterten sich Ihre Züge. Befremdet Hingen ihre Blicke An der Hand Des jungen Mannes, Der auch heute, Da der Himmel Nicht wolkenlos war, Seinen alten Regenschirm Mit sich genommen. Weshalb bedient sich Herr Antonio Eines so wunderbar Hässlichen Dinges? Sagte sie mit Höhnischer Stimme. Wäre in der Tat Das, Was sich bereits Von verschiedenen Seiten gehört, War, Dass er zu geizig ist, Um einen neuen Schirm zu kaufen, Oder dass er Die Torheit hat, Dies, In dem allgemeinen Spott aussetzende Gerät, Zur Erinnerung An den Mann Trage, Der kindisch genug War, Nicht weiter, Mein Fräulein, Rief Antonio Mit bittender Gebärde. Ihr seid zornig, Befindet euch In einer gereizten Stimmung, Sonst könntet ihr Nicht in dieser Weise von demjenigen Sprechen, Den ich mit Kindlicher Zuneigung Geliebt habe, Dem zur Erinnerung Ich allerdings Diesen Schirm Trage, Da er der einzige Gegenstand ist, Den ich von ihm Besitze. Weil der törichte Mann, Nachdem er euch In dem Gedanken Großgezogen, Dass ihr sein Erbe seid, Nachdem er euch Vorgespiegelt, Dass ihr seine Güter erhalten Würdet, Euch in euren Hoffnungen betrug, Euch dem Elend Der Armut Überließ? Wenn ich auch Nicht weiß, Welche Gedanken Meinen verehrten Pflegevater zur Vernichtung seines Testaments bestimmt Haben, Erwiderte Antonio Mit fester Stimme. So bin ich doch Davon überzeugt, Dass er nur mein Bestes dabei im Sinn hatte, Und wünsche nicht, Dass des würdigen Mannes in kränkender Weise gedacht werde. Ihr seid in der Tat Ein Sonderling, Und verdient es, Dass man eurer lacht, Rief Isabella Mit funkelnden Augen. Nehmt ihr nicht Einen Ton an, Als ob ich Ein Verbrechen Begangen, In dem ich Den alten Schwachkopf Bei seinem Rechten Namen Genannt? Nein, Fuhr sie mit Erhobener Stimme Fort. Nein, Unterbrecht mich Nicht, Ich bin es müde, Mich von euch Zurechtweisen zu lassen, Und fordere es Als ein Zeichen Der Verehrung, Die ihr für mich Zu hegen vorgebt, Dass ihr euch Dieses alten Schirmes Entäußert, Dass ihr ihn Hier vor Meinen Augen In die Wellen Werft. Sie ergriff Die Hand Antonius Und zog ihn Einige Schritte Vorwärts Zu dem Ufer Eines reißenden Waldbaches, Der in schnellen Sprüngen Über Kiesel Und Felsblöcke Dahin eilte. Nimmermehr, Rief der junge Mann, Nimmermehr werde ich Mich dazu entschließen, Das Andenken Meines Pflegevaters, Isabella Unterbrach ihn. Ihr habt zu wählen, Zwischen mir Und dem Alten, Euch dem allgemeinen Spott aussetzenden Ding, Versetzte Isabella Mit eisiger Kälte. Zu wählen, Zwischen meiner Hand, Die euch Unermessliche Schätze Spenden, Euch zu einem Beglückenden Leben Führen wird, Und dem Hölzernen Griff Dieses Schirmes. Wohl hielt ich Bis zu dieser Stunde Euren Besitz Für etwas Köstliches. Doch jetzt Ist es mir klar geworden, Dass ich euch noch nicht In eurem wahren Licht gesehen. Entgegnete Antonio Mit leisem Beben In der Stimme. Wenn ihr mich so leicht Von euch stoßen könnt, Ist es wohl besser, Wir stehen uns in Zukunft Als Fremde gegenüber. Es sei wie ihr wünscht, Entgegnete die Jungfrau Mit einer stolzen Verneinung. Sie wandte ihm den Rücken Und kehrte zu ihrem Wagen zurück. Wieder zog in der Nacht, Welte diesem Abend folgte, Ein wunderbarer Traum An Antonio vorüber. Der alte Schirm, Auch diesmal Zu einem tropischen Baum werdend, Breitete sich in riesiger Höhe Über seinem Haupt aus. Bunt gefiederte Vögel Wiegten sich in den Zweigen Und eine sanfte Stimme Sprach folgende Worte. Du hast recht Und männlich gehandelt Und dich dadurch Vor einem friedlosen Leben An der Seite eines Weibes, Die dich nimmer verstanden Haben würde, bewahrt. Es war ein Jahr später, Als Antonio, Der sich noch immer In dem Geschäft Barbarinis Befand, Eines Sonntags Von einem Spaziergang Zurückkehrte. Einige schwere Wolken, Die schon lange drohend Am Himmel gestanden, Begannen jetzt tiefer Und tiefer herabzusinken. Ein starker Windstoß Trieb Staub und Blätter Vor sich her Und ein dumpfes Rollen Verkündete das Nahen Eines Gewitters. Antonio, Auch heute mit seinem Alten Regenschirm bewaffnet, Spannte das grüne Dach Desselben, Welches derzeit Trotz geboten Und noch immer nicht Von den Verheerungen Derselben gelitten hatte, Gegen die erst vereinzelt, Dann aber in schneller Aufeinanderfolge Herabrieselnden Tropfen auf Und beeilte seine Schritte Um die Stadt noch Vor dem vollständigen Ausbruch des Unwetters Zu erreichen. Da gewahrte er Einen alten, Mitten auf der Landstraße Stehenden Mann Von wunderlichem Aussehen Und noch wunderlicherem Benehmen. Der Wind hatte ihm Den Hut entrissen. Sein weißes Haar Flatterte ihm Wirr ums Gesicht. Eine grüne Blechbüchse Hing über seine Schulter. So stand er inmitten Des immer heftiger Werdenden Regens, Zog und zerrte An einem dicken Stock, Den er in der Hand hielt, Und warf dabei Von Zeit zu Zeit Einen ängstlichen Blick Gehen Himmel. Kann ich euch beistehen? Fragte Antonio, Der inzwischen näher gekommen. Birgt dieser Stock? Stock? Rief der alte Mann, Aufs Höchste verwundert. Stock? Was wollt ihr damit sagen? Mein Regenschirm Will sich nicht Aufspannen lassen. Ihr irrt wohl, Entgegnete der junge Mann Mit leisem Lächeln, Indem er den Stock, An dem der Greis So vergeblich drückte Und zog, In die Hand nahm. Nicht ein Schirm, Sondern ein Spazierstock Ist es, Den ihr aufzuspannen versucht. Mein Himmel, Sagte der Greis Mit kläglicher Stimme. So bin ich wieder einmal In meinen alten Fehler verfallen. Oh, diese Vermaledeite Zerstreutheit! Was hat sie nicht Schon alles über mich gebracht? Vielleicht erlaubt ihr mir, Euch nach eurer Wohnung Zu begleiten. Mein Regenschirm Ist groß genug, Um uns beide zu beschützen, Sagte der junge Kaufmann Freundlich. Gern, mein werter Herr, Gern nehme ich Euer Anerbieten an. Er widerte etwas kleinlaut Der Alte Und ergriff den Arm Antonius, Der indessen Den abtrünnigen Hut Wieder eingefangen Und ihn seinem Eigentümer Überreicht hatte. Dann wanderten beide Unter dem Dach des alten Schirmes Der Stadt zu. Unterwegs erzählte der Fremde Dem jungen Kaufmann, Dass er Distratio heiße Und Naturforscher sei, Dass er danach strebe, Den Stein der Weisheit Zu entdecken Und heute so glücklich gewesen sei, Eine Pflanze zu finden, Mit deren Hilfe Es ihm vielleicht gelingen werde, Dies unschätzbare Kleinod Zu ergründen. Schon einige Male, Fuhr er sich vertraulich An Antonio wendend fort, War ich nahe daran, Diesen kostbaren Stein zu erlangen, Immer aber hat mich Mein Unstern daran verhindert. Ich habe nämlich Von der Feindschaft Einer bösen Fee zu leiden, Welche einst von meinen Eltern Beleidigt worden Und sich dafür An mir gerecht hat. Sie stellte sich, So hat man mir erzählt, Ob schon nicht dazu geladen, Bei meiner Taufe ein, Und zupfte mich Dreimal an der Nase, Wobei sie meiner Erschrockenen Mutter gebot, Mir bei Todesstrafe Den Namen Distratio zu geben. Ach, er war leider Nur allzu passend Für mich gewählt. Denn jenes Nasezupfen Verhängte die unselige Zerstreutheit über mich, Von der ihr ja auch Bereits Zeuge gewesen. Sie hat mich verfolgt, Solange ich denken kann. Denn obgleich ich, Wie mir einst Ein weiser Mann versicherte, Durch ernstliches Über mich Wachen Dahin gelangen könnte, Den bösen Geist zu besiegen, So ist es mir doch Bis heute nicht möglich gewesen, Mich seines Joches Zu entledigen. Inzwischen hatten sie Die Stadt erreicht Und standen jetzt Vor einem kleinen In der Nähe des Tores Gelegenen Haus, Bei dem der alte Naturforscher Halt gemacht. Hier bin ich daheim, Sagte er zu Antonio. Seid so freundlich, Mich in meine Wohnung Zu begleiten, Dass meine Rosa Euch danken kann Für den Ihrem Vater Erwesenen Dienst. Er klopfte An die Tür Des Häuschens, Welche ihm jedoch, Obschon er sein Pochen Einige Male Wiederholte, Nicht geöffnet wurde. Es scheint niemand Im Haus zu sein, Sagte endlich der junge Mann, Indem er auf die Geschlossenen Fensterläden Deutete. Niemand im Haus? Wiederholte der Naturforscher mit Träumerischer Stimme, Blickte spähend in die Höhe Und rief dann, Sich ärgerlich mit der Hand Vor die Stirn schlagend, Wieder ein Streich, Den mir meine Verwünschte Zerstreutheit Spielt. In dem Haus haben wir ja Vor drei Jahren gewohnt. Sein jetziger Besitzer ist, Wie er mir selber Vor einigen Tagen mitgeteilt, Auf Reisen gegangen. Oh, dass ich mich nicht Freimachen kann Von dem Bann Des abscheulichen Dämons. Er zog seinen jungen Begleiter mit sich fort Und blieb bald darauf Vor einem großen, An einem freien Platz Gelegenen Gebäude stehen, Dessen Tür er mit den Worten Hier wohne ich nun aber Wirklich, aufdrückte Und in einen geräumigen Flur trat. Gleich darauf öffnete sich Eine zur rechten Hand Befindliche Tür. Eine Frau mit dickem, Rotem Gesicht Und stechenden, schwarzen Augen Stellte sich ihm in den Weg Und rief zornig, Ist's möglich? Kommt er schon wieder In mein Haus? Alter, schwachköpfiger Faselhans! Kann er's denn nun und nimmer Begreifen, Dass er nicht mehr bei mir wohnt? Dass ich ihn mitsamt All seinem toten Getier Hinausgewiesen, Weil kein ehrlicher Mensch Mit ihm zusammenwohnen wollte, Weil alle Furcht haben, Dass er einem das Haus Über dem Kopf anzündet. Der arme Naturforscher Stand wie vom Blitz getroffen. Einem Bild des Entsetzens gleich Ließ er die Arme sinken Und murmelte einige Worte Der Entschuldigung. Aber die Frau war nicht geneigt, Sich besänftigen zu lassen. Unaufhaltsam ergoss sie den Strom Ihrer Scheldworte Über den verdutzten Distratio, Der geduldig alles über sich ergehen ließ. Endlich warf sich Antonio ins Mittel. Er ergriff die Hand der zornigen Frau, Welche ihnen den Weg zum Ausgang Vertreten hatte, Und sagte mit ernster Stimme, Nun ist's genug, Wir bitten um Entschuldigung, Dass wir in dem Haus geirrt haben. Er suchen euch aber jetzt, Mit dem ungebührlichen Keifen Inne zu halten Und uns den Weg freizugeben. Ja, es ist genug, Mein feines Herrchen, Rief die zornige Wirtin. Mehr als genug Mit dem tagtäglichen Irren Dieses törichten Alten, Der immer und immer wieder In mein Haus kommt Und in seine ehemalige Wohnung geht Und die jetzige Mieterin derselben, Eine arme, schwache Dame, Schon zweimal halb zu Tode erschreckt hat. Wenn ich ihn noch einmal In meinem Flur treffe, Soll er einen Denkzettel bekommen, An den er Macht uns Platz, Meine gute Dame, Unterbrach Antonio Die empörte Frau, Indem er sie beiseite schob. Und seid überzeugt, Dass der alte Herr sich bemühen wird, Euch nicht weiter zu belästigen. Immer noch mohrend Entließ sie die Wirtin. Nun aber, Sagte der junge Kaufmann, Als er sich mit dem Greise Wieder auf der Straße befand, Er suche ich euch Recht ernstlich Darüber nachzusinnen, Wo ihr so eigentlich daheim seid. Es wäre doch ein unangenehmes Ding, Wenn wir noch einmal In ein unrechtes Haus gerieten. Gewiss, Mein werter junger Freund, Gewiss wäre das Das ist mehr als unangenehm, Seufzte der Naturforscher, Indem er sich kläglich die Stirn rieb. Plötzlich flog ein Strahl der Freude Über sein Gesicht. Tor, der ich bin, Tor, der ich bin, Rief er, In seine Rocktasche fassend. Hier, Hier hab ich's ja von meiner Rosa aufgeschrieben, Wo ich daheim bin. Er reichte seinem Begleiter Ein Elfenbeintäfelchen, Auf dem die Worte Herr Distratio wohnt im Adlergässchen, Nummer 33, Standen. Herr Distratio? Herr Distratio? Murmelte der alte Herr. Herr Distratio? Ja, Aber wo wohnt denn ich? Aber ihr seid ja Distratio, Rief Antonio, Nur mit Mühe ein Lächeln unterdrückend. Kommt nur, kommt, Jetzt bringe ich euch sicher nach Hause. Beschämt ließ sich der alte Mann Von ihm hinwegführen Und sagte, Als sie nach einer Viertelstunde Vor einem kleinen, grauen Haus Angelangt waren, Welches die Nummer 33 trug. Ja, Diesmal ist's in der Tat kein Irrtum. Hier bin ich wirklich da. Er pochte an die Tür. Diese wurde sogleich geöffnet, Und ein junges, anmutiges Mädchen Begrüßte ihn mit den Worten. Da bist du ja endlich, Mein lieber Vater. Wie sehr habe ich um dich gebangt, Wie tief bereut, Nicht mit dir gegangen zu sein. Beruhige dich, meine gute Rosa, Entgegnete der alte Gelehrte, Der inzwischen mit seinem Begleiter In den Flur getreten war. Dieser junge Mann Hat sich meiner so überaus Freundlich angenommen, Dass ich, wie du siehst, Ohne Unfall nach Hause gekommen bin. Innigen Dank für eure Güte, Sagte Rosa zu Antonio gewendet. Bitte verschmäht es nicht, In unserem Hause zu rasten. Sie öffnete die zur linken Befindliche Tür Und führte den jungen Mann Es muss euch befremden, Es muss euch befremden, Sagte Rosa, Nachdem der Naturforscher Hinausgegangen, Zu Antonio. Dass ich meinen Vater Nicht stets begleite. Doch ist es mir nicht möglich, Dies zu jeder Zeit zu tun, Da ich genötigt bin, Für unseren Unterhalt zu arbeiten. Hierbei setzte sie sich an das Spinnrad Und begann mit großem Fleiß, Den Faden zu drehen, Unterhielt sich aber dabei In sehr anmutiger Weise Mit ihrem Gast, Der das offene, Kindliche Wesen Des jungen Mädchens Außerordentlich anziehend fand. Bald darauf kehrte Destrazio zurück Und sagte, Da er Antonio Soeben das ausgezeichnet Feine Gespinst Seiner Tochter Loben hörte, Mit bewegter Stimme, Ja, mein junger Freund, Ihr habt wohl recht, Wenn ihr meine Rosa bewundert. Sie ist, Nachdem meine treue Gattin Mir gestorben, Mein teuerstes Kleinod, Und erhält sich Und zum Teil auch mich Durch die Geschicklichkeit Ihrer Hand, Seitdem ich so töricht gewesen, Mein Vermögen zu vergeuden. Nicht weiter, Lieber Vater, Bad das junge Mädchen, Die Hand des Kreises ergreifend. Dieser aber fuhr, Ohne sich stören zu lassen, Fort. Ich war von Hause aus Mit Glücksgütern gesegnet, Mein böser Geist aber Verleitete mich, Sie zu verschleudern. Die Hälfte meines Vermögens Verlor ich durch einen Treulosen Freund, Für den ich mich, Obgleich von allen Seiten gewarnt, In einem Anfall von Zerstreutheit Verbürgte. Den übrigen Teil verschwendete ich, Unter dem Bann meines Dämons stehend, Für einen weißen Stein, Der der Stein der Weisheit sein sollte, Sich aber später als ein gewöhnlicher Quarz erwies. Der alte Mann hatte diese Worte Mit tiefer Wehmut gesprochen. Antonio, Der sich wunderbar zu ihm hingezogen fühlte, Redete ihm tröstend zu. Vielleicht gestattet ihr, Sagte er freundlich, Dass ich euch von Zeit zu Zeit besuche, Und erlaubt mir, Euch bisweilen auf euren Spaziergängen Zu begleiten. Wir wollen dann gemeinschaftlich dahin streben, Den bösen Feind zu besiegen, Der euch schon so manchen hässlichen Streich gespielt. Ach, mein junger Freund, Entgegnete der Naturforscher mit Wärme, Ihr kommt meinem Wunsch zuvor Und werdet mich sehr, sehr glücklich machen, Wenn ihr euer Versprechen haltet. Schon nach einigen Tagen Fand sich der junge Kaufmann Wieder bei Distratio ein. Er war diesmal in das Studierzimmer Desselben geführt Und mit den Schätzen Dieses wunderbaren Raumes Bekannt gemacht. Dort waren ausgestopfte Tiere Und getrocknete Pflanzen Der mannigfaltigsten Art Zu erblicken. Eine riesige Eule Hing von der Decke herab. Ein Krokodil mit aufgesperrtem Rachen Saß in der einen, Ein Geier mit ausgebreiteten Flügeln In der anderen Ecke Des düsteren Gemaches. Eine ungeheure Schlange Nahm die rechte, Ein gewaltiger Haifisch Die linke Seite ein. Das Glätt eines großen Affen Erhob sich neben dem Balk Einer gigantischen Fledermaus. Ein Berg getrockneter Pflanzen Bedeckte den Tisch Und Mineralien der verschiedensten Art Lagen auf dem Fußboden zerstreut. Der alte Naturforscher Schien wie umgewandelt zu sein, Als er in den Bereich Dieses Zimmers getreten war. Anstatt des ihm sonst eigenen Unstädten Wesens Zeigte er vollkommene Sicherheit Des Benehmens Und verriet bei dem Erklären Der vielen In dem engen Raum Zusammengetränkten Merkwürdigkeiten Ein so tiefes Wissen, Dass Antonio mit Bewunderung Zu ihm emporblickte. Letzterer Wart von nun an Ein fast täglicher Gast In dem Hause Des Kreisengelehrten. Er gefiel sich In der Unterhaltung Desselben, Die ihm immer neue, Reiche Schätze Des Wissens erschloss. Und gewann die Holde Ihre Pflichten In der anspruchslosesten Weise erfüllenden Rosa Bald so lieb, Dass er den Entschluss fasste, Ihr seine Hand anzubieten. Und er tat wohl daran. Denn wenn gleich nicht blendend Wie Isabella, Besaß sie dennoch Die Hauptbedingungen Zum Glück. Ein reines kindliches Gemüt, Einen klaren Verstand Und wahre Güte des Herzens. Wieder befand sich der junge Kaufmann Eines Tages bei dem Naturforscher. Beide waren damit beschäftigt, Die reichhaltige Muschelsammlung Des Kreises zu bewundern Und von Neuem zu ordnen. Da erweckte ein leises, Aus der einen Ecke Des Studierzimmers kommendes Geräusch Die Aufmerksamkeit Antonios. Er sah noch der Ursache desselben Und entdeckte, Dass es durch das Fallen Seines alten Schirmes Verursacht worden, Welchen er dort Gegen die Wand gelehnt hatte. Als er sich bückte, Um denselben wieder aufzuheben, Fiel sein Blick Auf eine Pergamentrolle. Die das Krokodil im Rachen hielt. Weshalb steckt ihr dem Untier Ein Pergament zwischen die Zähne? Fragte er, Sich an den Gelehrten wendend. Um den Rachen aufzuhalten, Der heute Morgen Herr des Himmels! Unterbrach Antonio Die Worte des alten Mannes. Ist das nicht die Handschrift Meines Pflegevaters? Er ergriff das Pergament, Zog es, Ohne sich daran zu kehren, Dass der Rachen des Krokodils Mit lautem Krachen zusammenklappte, Heraus Und eilte damit an das Fenster. Ja, wahrlich, Ich hatte richtig gesehen, Es ist die Handschrift Meines Pflegevaters, Sprach er Mit der tiefsten Bewegung. Wer, Wer war euer Pflegevater? Stotterte der Gelehrte Mit äußerst verdutztem Gesicht. Der Kaufherr Satisfazio 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 Den Namen muss ich schon einmal gehört haben, Sagte der alte Mann, Sich hilflos im Zimmer umsehend. Plötzlich schien ihm ein lichter Gedanke zu kommen. Richtig, Rief er, Das war ja der gütige Herr, Der mich einst, Als ich mich verirrt hatte, In seinem Wagen zur Stadt brachte, Der mich später zu sich holen ließ, Als er krank geworden, Der mir dann, Gütiger Himmel, Unterbrach er sich plötzlich. Diese Pergamentrolle, Sie wird doch nicht etwa, Sie enthält das Testament Meines verstorbenen Wohltäters, Fiel ihm der junge Kaufmann ins Wort. Ich werde mich sogleich Zu dem alten Sachverwalter begeben, Der ist damals aufgesetzt, Und ihn ersuchen, Das Siegel zu brechen. Zuvor aber erklärt mir das Rätsel, Wie dieses wichtige Dokument In eure Hände, In den Rachen des Krokodils kommt. Ach, Vergebt, Vergebt, Mein junger Freund, Rief der Naturforscher, Sich die Schweißtropfen Von der Stirn trocknend. Es ist wieder ein Streich, Den mir meine unselige Zerstreutheit gespielt. Euer Pflegevater, Der durch Krankheit An sein Lager gefesselt war, Er suchte mich eines Tages, Die Pergamentrolle In seine im Anstoßenden Gemach Befindliche Truhe zu schließen, Ich aber, Ich muss wohl, Unter der Macht meines Dämons stehend, Das Testament mit mir genommen, Und irgendeinen anderen Gegenstand Statt seiner in die Truhe gelegt haben. Wir fanden ein Papier Mit getrockneten Kräutern Unter den Kleinodien, Meine eben an jenem Tag Gesammelten Pflanzen, Unterbrach Distratio Den jungen Mann, Die ich später so vergeblich Gesucht habe, Ebenso vergeblich, Als wir den letzten Willen Meines Pflegevaters, Rief Antonio. Heute, Wo ich nach einem Gegenstand suchte, Um dem Krokodil Den Rachen aufzuhalten, Fiel mir die Pergamentrolle In die Hände. Ich nahm sie in der Meinung, Es sei eine der alten Handschriften, In denen ich seit Jahren Vergeblich nach einer Anweisung Geforscht, Wie man den Stein In der Weisheit erringen könne Und ich fand, Was ich einst So schmerzlich vermisst habe, Ergänzte Antonio Die Rede des Kreises. O zürnt mir nicht allzu sehr, Bat der Gelehrte, Die Hand des jungen Mannes Ergreifend. Gewiss habe ich euch Großen Schaden zugefügt, Denn wenn ich mich recht entsinne, Sprach der Kaufherr davon, Euch zu seinem Erben Einzusetzen. Rosa, Die das Gespräch Aus der Nebenstube Mit angehört, Trat jetzt zu den Männern Und sagte hastig, Ich eile, Den Sachverwalter herbeizuholen. Ist es nicht der alte Andreas, Der unten am Fluss wohnt? Der Naturforscher nickte, Antonio aber vertrat ihr den Weg Und rief, Nein, liebe Rosa, Nicht ihr, Ich selber werde Andreas aufsuchen. Es ist besser, Wenn ihr zurückbleibt Und meinen armen Vater Zu beruhigen sucht, Der sich gewiss Die bittersten Vorwürfe Über diese Angelegenheit macht, Die seine Zerstreutheit Verschuldet hat. Mit diesen Worten Eilte das junge Mädchen Aus dem Zimmer. Wirklich hatte Antonio Große Mühe, Den alten, Sich auf das heftigste Anklagenden Mann Zu trösten. Wieder und wieder Verwünschte der Kreis Die unselige Zerstreutheit, Die ihn dahin gebracht, Ein so wertvolles Dokument Zu verlegen. Der junge Kaufmann War eben im Begriff, Ihm wohl zum hundertsten Mal Zu versichern, Dass er ihm aus voller Seele Vergebe, Als Rosa in Begleitung Des alten Sachverwalters Zurückkehrte. Letzterer stellte erst Den Naturforscher Wegen seines Vergehens Zur Rede, Dann beeilte er sich, Das Siegel des Testaments Zu erbrechen Und den Inhalt Desselben vorzulesen. Innig gerührt Vernahm Antonio, Dass sein Pflegevater Ihn zum Erben Aller seiner Güter Ernannte. In den Ausdrücken, Welche von seiner Zärtlichen Liebe zeugten, Zum unumschränkten Gebieter Seiner reichen Schätze Machte. Zum Schluss Seines letzten Willens Bat der Verstorbene Den jungen Mann, Sich niemals Des alten Regenschirms Zu entäußern. Denn, So lauteten Seine Worte, Ich liebe denselben Als den ersten Gegenstand, Den ich mir Für selbst erworbenes Geld gekauft habe, Und halte ihn Für einen Talisman, Der mit dem Glück Meines Hauses In enger Verbindung steht. Einige Wochen Waren verflossen. Die beiden Vättern Hatten sich murrend In ihr Schicksal ergeben, Und Antonio Den Palast des Kaufherrn So wie die ungeheuren Schätze desselben Überlassen. Heute war der junge Mann Wieder eingezogen In die Gemächer, Welche sein geliebter Pflegevater bewohnt hatte, In die Räume, In denen er groß geworden. Den Kopf Auf die Hand gestützt, Saß er in dem Zimmer, Wo der Greis Seine Augen geschlossen hatte, Und blickte träumerisch Hinein in die zerfallenen Kuhlen des großen Marmorkamins, Deren Glut die einzige Erleuchtung des dämmernden Gemaches bildete. Sein vergangenes Leben Zog an seinem Geist Vorüber. Mit inniger Wehmut Gedachte er des Verstorbenen, Und freute sich weniger Über den Reichtum, Welchen ihm derselbe Hinterlassen, Als über die Liebe, Die sich darin kundtat, Dass er ihn zum Erben Eingesetzt. Er war so glücklich, Wie es einem Sterblichen Möglich ist. Ausgenommen den edlen Satisfatio, Mangelte nichts Zu seiner Zufriedenheit. Er hatte Güter In Hülle und Fülle, Und durch seine Entbehrungsreiche Jugend Die Fähigkeit erlangt, Sie richtig zu verwenden. Gelernt, Dass Mangel und Not In der Welt herrschen, Dass es die Pflicht Der Reichen ist, Diesen Übelständen Abzuhelfen. Er besaß einen offenen Sinn für die Schätze Des Wissens, Und hatte, Was für ihn wohl Das Liebste war, Vor einigen Tagen Das Ja-Wort Der Holden Rosa erhalten. Er wusste, Dass Distratio Ihn mit Freuden Zum Sohn annahm, Und dass Barbarini Über seine Wahl Entzückt war. Nichts blieb ihm Zu wünschen übrig. Während er so saß Und in die Glut blickte Und den Griff Des alten Schirmes, Der ihm jetzt noch Lieber geworden In der Hand hielt, Vernahm er plötzlich Ein leises Klingen Und Rauschen. Dem Kamin Entströmte der Glanz Einer tropischen Sonne. Die Wände Des Zimmers versanken, Der Schirm entglitt Seinen Händen Und wuchs, Wie er es In seinen Träumen So oft gesehen, Zu einer Palme empor, Deren riesige Blätter Ihn überschatteten. Aus dem Wüpfel Des hohen Baumes Aber ertönte Eine Stimme, Wunderbar Und überirdisch, Gleich dem Klang Einer Eholzhafe. »Antonio«, Sprach sie, »vernimm meine Worte. Ich war der gute Geist Deines Pflegevaters Und bin seit Jahren Auch der Deine. Obgleich gebannt In ein unscheinbares Gerät, Kann ich doch denen, Die ich liebe Und die meine Zuneigung Verdienen, Nützlich sein Und ihnen beistehen In den Gefahren des Lebens. Als Satisfazio Die erste Frucht Seines Fleißes Dazu verwenden wollte, Einen Schirm zu kaufen, Lies ihm der Händler Die Wahl Zwischen einem Mit prachtvollem Seidenstoff Überzogenen Schirm Und dem alten Ding, Welches du zum Andenken Erhieltest. Obgleich derselbe Schon damals Ein wenig schönes Äußere hatte, Wählte er dennoch den Im Vergleich zu seinem Prächtigen Bruder Sehr wohlfeilen Regenschirm. Und bereitete für die Beim Einkauf gesparte Summe Seiner in dürftigen Verhältnissen Lebenden Mutter eine Freude. Satisfazio ahnte nicht, Wie glücklich seine Wahl gewesen. Bald aber erkannte er Meinen Wert Und begann mich zu schätzen. Denn da er die Eigenschaften besaß, Die notwendig sind, Um das echte Glück zu erringen, So konnte ich ihm beistehen, Es zu erlangen. Wenn nicht in seinem Herzen Der Keim zum Guten und Edlen Die Möglichkeit gelegen hätte, Den in mir verborgenen Stein Der Weisheit zu verdienen, Wäre es mir unmöglich gewesen, In den Wert desselben erkennen, In nach dem Besitz desselben Erfolgreich streben zu lassen. Da mir Satisfazios Gedanken bekannt waren, Wusste ich, Dass er den innigen Wunsch hegte, Dich ebenso glücklich zu sehen, Als er es gewesen. Das Verlangen, Dich ebenfalls der kostbaren Güter Teilhaftig zu wissen, Die der wahre Stein der Weisheit Verleiht. Gleichzeitig aber wusste ich, Dass der Kreis sich nie dazu entschließen würde, Dich zu enterben. Aber nur, wenn du entbehren gelernt, Konntest du in den Besitz Der unschätzbaren Güter Des Steines gelangen. Daher benützte ich Die mir verliehene Macht, Um den alten Mann dahin zu vermögen, Das Testament dem zerstreuten Gelehrten Zu übergeben, Welches ich nicht zerstören wollte, Da du später hin, Wenn du die Probe bestanden, Das dir gebührende Erbteil Erhalten solltest. Mein Plan gelang. Du wurdest hinausgestoßen In die Welt. Zuvor aber bot sich dir die Möglichkeit, Mich mit dir zu nehmen. Du gingst siegreich Aus der ersten Prüfung hervor, Indem du das unscheinbare Andenken Dem Ring, den dir Anselmo geben wollte, Vorzugst. Errangest dann später hin Auf deiner oft dornenvollen Bahn Nicht allein die äußeren Güter des Lebens, Lerntest nicht allein, Was einem Menschen, Der im Überfluss aufwächst, Nur selten gelingt, Durch eigene Kraft erwerben, Durch eigene Kraft vorwärts streben, Sondern, was mehr ist, Denn alle Schätze der Welt. Du sichertest dir den Besitz Des Steines der Weisheit. Wieder ertönte ein leises Klingen und Rauschen. Die Wände schlossen sich. Antonio saß wie zuvor an dem Kamin Und lehnte seine Rechte auf die Krücke des alten Schirms. Noch befangen von den Gebilden, Die er soeben geschaut hatte, Schraubte er den runden Knopf auseinander. Ein lichtweißer, glänzender Gegenstand Lag in dem Inneren desselben. Der Stein der Weisheit, Rief der junge Mann, Ihn ergreifend. Doch sobald er das so hochgepriesene Kleinod berührte, Zerbrach es. Einen Streifen Pergament, Der zusammengerollt darin gelegen, Herausziehend, Las Antonio Durch Herzensreinheit, Fleiß und Genügsamkeit Erringt man den Stein der Weisheit, Erringt Glückseligkeit Und Zufriedenheit. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF,